Musik Ein voller Erfolg war das erste Oktoberfest im Café Rucke Zucke am Hauptplatz in Mattersburg. Um richtige Oktoberfeststimmung aufkommen zu lassen, wurde ein großes Veranstaltungszelt aufgebaut. Mit Musik- und kulinarischen Oktoberfestspezialitäten wie Weißwurst und Brezen, Grillwurst und Sauerkraut und anderem wurde dann gefeiert. Mitternacht ging die Oktoberfestparty dann zu Ende. Musik 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 Musik